So meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Nebuchadnezzar. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Nebuchadnezzar. Nein, ich freue mich sehr, weil wir schon sehr viel geschafft haben, bis hier nicht einmal versagt haben. Einmal ist uns das Geld ausgegangen, da wurde uns aber ausgeholfen. Aber ansonsten sind wir super vorangekommen. Und jetzt kommt die Cassiten. 1570 bis 1555 vor Christus. Wir nähern uns also dem großen Tag, an dem Christus geboren wurde. Die Cassitischen Könige waren die am längsten regierende Dynastie in der Geschichte des alten Mesopotamiens. Das gucken wir uns jetzt mal an, was genau die da eigentlich gemacht haben. Und ich bin auch gespannt, wie nachher die Karte aussieht, ob wir da wirklich auch so viel Baumaterial haben, dass wir ein Ansehen von 1250 hinbekommen. Denn dafür müssen wir ja nicht nur die luxuriösen Residenzen haben, wir müssen auch sehr viele Waren einkaufen. Und ich hoffe, dass wir sowas wie Keramiken auch wieder verkaufen können. Denn ich brauche Cola am Anfang. Das geht nicht, dass ihr mich mit so wenig Geld da sitzen lasst. Das war echt fies, das letzte Mal, dass wir erstmal die Stadtbewohner brauchten, bevor wir überhaupt Handel treiben durften. Boah, das hat mich echt gekillt. Unsere Dynastie regiert schon seit 200 Jahren und Babylonien blüht auf, nicht brüht auf, Tee brüht sie auf. Deshalb hat König Corigalzu dich mit der Aufgabe betraut, eine neue Hauptstadt für unser Reich aufzubauen, die uns für immer an unsere Regierung erinnern wird. Sie wird Dur Corigalzu heißen. Okay, nur Corigalzu wird ewig bestehen. Wir haben tatsächlich zwei verschiedene Seiten. Das ist ungewöhnlich. Äußerst ungewöhnlich. Oh, es gibt jetzt Brücken. Das heißt, wir kämen auf die andere Seite. Und was ist das hier? Wow. Okay, es gibt jetzt Goldschmiede. Produziert was? Das sieht aus, weiß ich nicht, ob die daraus Stehlen machen, aus Stein, Mama oder sowas? Keine Ahnung. Sehr interessant, das ist neu mit dazu gekommen. Also ihr seht es nicht, es gibt eine Goldschmiede und eine Siegelwerkstatt. Die machen dann irgendwelche Siegel wahrscheinlich, womit sie dann ihr Siegel da auf den Brief hämmern können oder meinetwegen auf die Steintafel. Das ist mir sowas von Wurst. Wir haben jetzt ein Anwaltsbüro. Dafür braucht man die Siegel. Ah, ich verstehe. Okay. Sehr interessant, ja. Metzgerei Angelpier, hier hat sich erstmal nichts weiter verändert. Ich gucke mir das auch mal hier an. Denn da werden wir sehen. Wir können jetzt die wunderbare Residenz zu einer luxuriösen Residenz machen, wenn Sie Anwälte bekommen und Goldschmuck. Okay, und dann sieht die auch ganz schick aus. Das sehen wir ja hier unten. Das ist völlig okay. So, was haben wir denn sonst noch? Dekorativ ist nichts weiter dazu gekommen. Es bleibt bei den ewigen Dingen. Und wir sollen ja einen Tempel bauen, der wahrscheinlich relativ groß sein wird. Ich bin jetzt mal froh, dass wir jetzt auch wieder unser Krankenhaus haben. Es hat mir sehr viel Spaß gehabt, das zu haben. Und was ist denn ein großer Hafen? Ach, der hat mehr Reichweite, sodass wir da noch mehr Lagerhäuser mit unterbringen können. Und von dort aus kann die ganze Produktion starten. Der Einkauf, der Verkauf stattfinden. Das ist cool. Und den könnte man wunderbar hier mit anbringen, weil hier wirklich eine schöne lange Leiste ist, wo das möglich ist. Aber toll ist auch, dass wir jetzt Brücken bauen dürfen. Das hilft sehr. Ja, ich finde es schade, dass die Königreichstraße hier anfängt und da wieder aufhört oder andersrum. Das ist ja Furst. Und hier dürfte dann wahrscheinlich die Goldabarbeitung sein. Oder was ist das hier? Wir haben ja im Prinzip nur eine Lehmgrube. Ach, Kupfermine. Oh, oh, guck mal, guck mal. Wir können selber Kupfer fertig machen. Jetzt gucke ich mir erstmal unsere Händler an. Susa würde im Prinzip erst später mit dazu treffen, wenn wir denn auch Möbel produzieren. Babylon würde uns Schmuck abkaufen. Goldschmuck brauche ich nicht. Siegel würde Ninive nehmen. Larsa nimmt nur Fleisch und diese komischen Götterdinger. Bier holt sich Magan. Kift möchte gerne Kupferschmuck haben. Den könnten wir schon produzieren. Ich hoffe, jetzt muss ich erstmal gucken, in der Kupfermine wer arbeitet da? Die ganz normalen Arbeiter. Und in der Kupferwerkstatt haben ja die Städter gearbeitet. Das bedeutet, wir könnten im Prinzip den Schmuck dann schon mal herstellen und verkaufen, sobald wir die dann haben. Und wir könnten sogar Datteln exportieren an Heliopolis. Allerdings brauchen wir dafür schon 210 Ansehen. Das wird so schnell nichts. Und interessant ist natürlich auch, dass hier eher die griechischen, hätte ich beinahe gesagt, ägyptischen Götter, auch verehrt werden. Atom und Min. Und hier haben wir dann wieder die babylonischen Götter. Marduk, Susa, Utu, Niniwe, Ishtar meine ich, Entschuldigung, und Ruda. Okay, also, wir müssen uns beim Handel erst einmal auf Datteln und Kupferschmuck beschränken. Mehr geht nicht, mehr können wir nicht. Und vielleicht noch ein paar Tafeln dann produzieren, die ebenfalls verkauft werden können. Allerdings brauchen wir dafür sehr viel Ansehen. Heißt, wir müssen erst einmal mit dem Kupferschmuck arbeiten und den dann rausgeben. Zumindest ist er ein bisschen was wert. 67 pro Einheit, das ist okay. Dann sieht es schlecht aus. Dann müssen wir erst einmal sehr weit nach oben kommen, um sowohl diese Teile hier, die Siegel, zu produzieren, als auch natürlich Goldschmuck. Jetzt müssen wir erst einmal gucken. Für Goldschmiede brauchen wir Aristokraten, für Siegel auch. Die werden wir so schnell nicht bekommen. Das heißt, Ninive und Babylon bleiben erst einmal komplett außen vor. Mit denen haben wir nichts zu tun. Wir könnten Möbel, 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 Tischlerei, braucht nur Städter, aber dafür müssten wir Holz importieren. Und Holz kommt aus, ausgerechnet aus Ninive. Ihr wollt mich doch verkackeiern. Ah, das ist doch zum Kotzen. Ich kann auch kein eigenes Holz abbauen, ne? Ich weiß nicht, ob in der Pflanzenfarm mittlerweile so Holz mit hinzugefügt wurde, aber es sieht nicht danach aus. Oh, verdammt. Dass wir Holz immer noch importieren müssen, ist so nervig. Okay. Gut, heißt erst einmal, versuchen eine florierende Wirtschaft aufzubauen, die auch schon mit Kupfer arbeitet. Das heißt, wir müssen schon auf die andere Seite, um das irgendwie in die Wege zu leiten. Dann die Kupfersachen verkaufen. Damit wenigstens so über Wasser bleiben, dass wir nicht zu viel Geld ausgeben. Hier haben wir auch noch die Möglichkeit, Leute mit hinzusetzen und denen etwas zu essen zu gewähren. Für unsere Bauern brauchten wir, glaube ich, nicht viel. Nichts, was wir irgendwie importieren mussten. Das konnten wir alles direkt vor Ort herstellen. Das bedeutet, wir können Bier irgendwann herstellen. Es gibt genügend Töpferwaren, die wir fertig machen können. Das heißt, die Bauern werden hier am Loch leben. Das dürfte ausreichen. Und hier können wir auch noch so das ein oder andere an Bewässerungsgräben mit hinzimmern. Das ist okay. Dann fangen wir auch gleich mal damit an. Und dann brauchen wir unsere Pflanzenfarm und die Tierfarm. Dann setzen wir hier die Leute hin, da Leute hin und hier vielleicht auch noch. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Platz für die normalen Bauern, die nicht unbedingt am Fluss leben sollen. Die haben hier nichts zu suchen. Werden ausgegrenzt. Oh, eigentlich schon böse. So, ihr macht Pflanzen. Guti. Dann brauchen wir noch die Tierfarm. Wenn da das Lager steht, dann der Rest kommt. Ja, dann kann ich hier im Prinzip den Rest mitbauen. Das ist okay. Bewässerungsgräben setzen. Reicht. Straßen setzen. Lager bauen. Hm, kommt die Straße wieder nicht rum. Ja, da muss ich die Bäckerei ein bisschen anders sortieren. Das geht schon. Du bekommst Milch und Brot. Also bisher sind wir ja mit unseren Verfahren immer sehr weit gekommen. Das hat immer ausgereicht, um zumindest das ein oder andere in die Wege zu leiten. Wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwieriger. Aber wir werden es schon schaukeln, das Kind. So, du wirst erweitert. Mehr Leute kriegen, du auch. Ihr müsst erweitert werden, zweimal. Ihr bekommt Getreide mit dazu. Ihr bekommt Milch für Tiere oder von Tieren vielmehr. Ja, wir brauchen auch noch eine Straße nach oben. Vielleicht war es nicht ganz so schlau, so weit nach unten zu gehen. Ich hätte das ja auch hier oben mit hinbauen können. Aber ist egal. So, jetzt können wir hier runterlaufen und alles ist gut. Dann brauchen wir als nächstes den Marktplatz plus die Möglichkeit, die Dinge zu verkaufen. Das heißt, die Wohnungen. Du bekommst Milch und Brot. Wir holen uns Häuser mit dazu. Fünf Stück. Ja, da können die hin. Das ist okay. Und da werde ich natürlich versuchen, weitestgehend die Aristokraten außer Acht zu lassen. Wir werden uns hauptsächlich erstmal auf die Bauern stürzen und auf die... Warum sind die Tiere hier nicht überall? Weil die da nicht rumlaufen. Okay. Wir werden uns hauptsächlich auf die Bauern und die Stadtbewohner werfen. Weil wir die jetzt am meisten brauchen. So viel ist sicher. Brot wird gebacken. Das ist da. Das ist da. Das heißt, die sind jetzt erstmal grundlegend versorgt. Und wir könnten im Prinzip noch eine weitere Wohnsiedlung fertig machen. Aber im Groben und Ganzen brauchen wir die schon. Ja. Theoretisch schon. Ich muss ja gleich dafür sorgen, dass wir dann auch unsere anderen Leute bekommen. Sprich die Stadtbewohner, damit wir hier mit der Kupferproduktion beginnen können. Wir werden jetzt erst einmal auch die Kupferproduktion bauen. Sodass wir die Möglichkeit haben, das ein oder andere schon mal zu verkaufen. Und ich muss mal gucken, wenn das mit der Brücke klappt, ob das klappt und wie das klappt. Diese Brücke würde uns sehr viel Geld kosten und würde nicht mal funktionieren, weil wir keinen Weg dorthin bauen können. Ist das pro Stück 500? Bitte nicht. So, dann wären wir hier aber noch nicht durch. Nee. Nur einmalig 500. Das geht. Damit kann ich leben. Ist okay. Dann haben wir jetzt 1000 dafür ausgegeben, dass wir hier auf die andere Seite kommen. Das ist völlig in Ordnung. Und dann können wir hier die Produktion starten und hier einen großen Hafen mit hinbauen. Oder da hin. Nee, da geht er nicht hin. Ja, das ist hier schon okay. Guti. So, das steht soweit. Dann brauchen wir die Kupferminen. Was wirklich nur auf dem weißen gebaut werden kann, ne? Sonst gar nicht. So, da arbeiten ganz normale Leute drin. Und für den Schmuck brauchen wir die Kupferwerkstatt. Dann brauchen wir jetzt schon mal 100 Stadtbewohner. Wir wissen Bescheid, können das im Prinzip dann später einlagern in ein Lagerhaus. Also das ist jetzt erstmal nur vorgebaut. Ich werde das jetzt hier erstmal alles ausschalten. Das wird noch nicht wichtig sein für uns. Das schalte ich dann später wieder ein. Nee, kein Kupfer, sondern Schmuck. Und dann brauchen wir erstmal hier eine weitere Straße plus ein Lagerhaus, in das wir Schmuck einlagern. Karawanserei. Mit Schmuck von hier nach da. Erstmal ausschalten. Okay. Das heißt, das Wichtigste steht. Dann wissen wir jetzt auch, wie viele Leute wir ungefähr brauchen. Und wir haben zumindest das soweit schon mal vorgesorgt, dass wir die Möglichkeit nutzen können, um das später dann gleich am Laufen zu halten. Dann brauchen wir jetzt als nächstes weitere Dorfbewohner, die wir hier mit unterbringen. Wir müssen allerdings vorsichtig sein, weil wir hier gar nicht mehr so viel anpflanzen können. Weil hier geht es nicht, da geht es nicht. Dann müssen wir das nah am Wasser mit anbringen. Und hier wird es auch schwierig. Da müssten wir die Bewässerungsgräben zu weit nach oben ziehen. Das wäre natürlich auch doof. Aber auch hier gibt es die Möglichkeit, Bewässerungsgräben zu haben. Entschuldigung. Die Pflanzenfarm selber. Könnte hier nicht stehen. Könnte aber hier stehen. Und dann bitte noch eine Tierfarm mit dazu. So, außerhalb des Wirkungskreises. Wunderbar. Jede Menge Bewässerungskanäle werden jetzt ebenfalls gezogen. Ne, das ist zu weit, ne? Eins, zwei, drei, ja. Muss ich gleich korrigieren. Ja, es muss nicht so weit sein. Es reicht auf diese Weise. Weil wir sowieso noch die Straße mit rumziehen. Okay. Ich glaube, wir haben es. Jo. Gut. Straßen. Ich hoffe, ich habe jetzt auch zwei verschiedene Farben gebaut. Ich sehe es gerade nicht direkt. Du warst die Tierfarm. Gut. Du bist die Weizenfarm. Wunderbar. Wunderbar. Dann brauchen wir jetzt wieder Lager. Gut. Tee. Weitere Straßen. Und Bäckereien. Nichts annehmen außer Brot und Milch. Und du nimmst nichts an außer Getreide. Okay. Das steht also auch. Dann brauchen wir jetzt wieder einen Marktplatz. Eine weitere Straße. Plus weitere Häuser, um dann zumindest genügend Arbeitslose zu haben, die für uns tätig sein dürfen. Nicht müssen. Dürfen. Okay. Wir haben zumindest genügend Bauern. Das ist in Ordnung. Das dürfte reichen, um dann das eine oder andere schon mal für die Stadtbewohner fertig zu machen. Dann brauchen wir die Stadtbewohner an sich noch. Und im Anschluss werden wir uns darum kümmern, den Verkauf zu starten. Wenn wir die Stadtbewohner haben, dann kriegen wir Bevölkerungsansehen. Wir werden die erste Handelsroute haben und Handelsansehen bekommen. Und wenn wir dann schon mal eine weitere Handelsroute bekommen, über die wir vielleicht das ein oder andere noch verkaufen können. Ich weiß nicht. Susa Holz müsste ich importieren. Kriege ich aber nur aus, äh, Ninive. Ninive, keine Ahnung. Und da komme ich vor 300 Ansehen nicht ran. Also das wird so schnell nichts. Selbst Magan möchte 50 ansehen, würde uns dann Kupfer verkaufen. Aber Kupfer, ja, pfff. Stelle ich selber her. Also von daher ist mir das völlig Wurst. Wir könnten es trotzdem importieren, um mehr dieser Ketten fertig zu machen. Und gegebenenfalls gibt es noch eine andere Stadt, die diese Kupferketten kaufen möchte. Ne, gibt es nicht. Oh, es ist kompliziert. Man muss natürlich jetzt sehr taktieren, was stellt man wie viel her. Weil wie viel kann man überhaupt verkaufen? Äh, wenn in die nur 30 Kupferketten kaufen, brauche ich keine 20 solcher Gebäude fertig zu machen, um zu hoffen, das werden wir los im Jahr. Das könnt ihr vergessen. Okay, das steht soweit. Das heißt, die können bald anfangen zu leben. Und wir kümmern uns jetzt parallel schon mal um die Stadtbewohner. Die könnte ich eigentlich komplett hier mit unterbringen. Das wäre möglich. Dann kann ich hier angeln und dann den Fisch hier mit rüber transportieren. Wir können hier auch die ganzen Datteln fertig machen. Und dadurch, dass der Hafen ja sowieso in der Nähe ist und die ganzen Waren dann hierher transportiert werden, können wir hier auch die ganzen Produktionen nachher starten für Elfenbein und für andere Dinge. Gold müssen wir sowieso importieren. Und dann können wir das ebenfalls hier produzieren und die, äh, anderen dorthin packen. Was brauchten die nochmal? Nur Schafe und Möbel. Holz muss eh importiert werden. Gold muss importiert werden. Und diese Steine müssen abgebaut werden, um daraus Siegel zu fertigen. Aber Steine kann ich nicht selber produzieren. Die muss ich wieder importieren. Na gut, na gut, na gut. Aber trotzdem, wir werden hier dann die ganz normalen Stadtbewohner mit hinpacken. Es wird sehr umfangreich. Deswegen bauen wir jetzt erstmal die Pflanzenfarmen soweit mit hin. Sowie Bewässerungsmöglichkeiten. Ist am Anfang natürlich alles immer sehr, sehr teuer. Aber wahrscheinlich kommen wir nicht drumherum. So. Und so. Und so. Gute. Wobei eigentlich müsste das gar nicht so weit, das hier müsste eher rum. Okay, und du auch noch. Du bekommst ebenfalls Bewässerungskanäle mit dazu. Du musst nach links abbiegen. Gut, reicht. Dann haben wir schon mal eine höhere Dattelproduktion. Können im Prinzip auch zwei Märkte mit hinbauen. Und das geht ebenfalls. Das ist in Ordnung. Lagerhäuser brauchen wir für die Datteln. Datteln, Datteln, Datteln da. Datteln auch hier. Oh, das werden immer mehr Waren, die wir zu verwalten haben. Das ist natürlich enorm. Wenn wir das alles so zusammenziehen. So, Dankeschön. Dann brauchen wir noch zusätzlich Fisch. Und dann können wir die Gebäude schon mal mit hinstellen. Ein bisschen Geld ist ja noch übrig. Okay, Fisch, Fisch, Fisch. Können wir sowohl hier mit hinbauen. Als auch oben. Das ist völlig egal. Dadurch, dass wir es sowieso nachher verhandeln. Soll es mir auch Wurst bleiben. Lagerhaus, hier kann ein Lagerhaus stehen, das nur Fisch entgegennimmt. Eine Karawanserei, die den Fisch dann woanders hinbringt. Und jetzt brauchen wir noch die Fischer an sich. Wo sind die? Wir können Fisch nicht mal verkaufen. Also das wäre wirklich nur zum eigenen Erhalt der Stadtbewohner. Heißt, es reicht eigentlich auch, wenn wir hier vier solcher Fischfarm mit hinsetzen. Oh, jetzt habe ich gar nicht gesehen, ob der im Umkreis mit drin ist. Nee, ist er nämlich nicht. Der auch nicht. Die sind alle nicht mit drin. Oh, die sind so teuer, die Angelpier. Teile. Eins, zwei, drei, vier. Gut, jetzt haben wir es. Wenn wir noch nicht mal Feuerwehren, Heiler oder ähnliches. Das kommt alles. Er ist noch. Gut, aber zumindest haben wir genügend Fisch. Das ist doch schön. Jetzt habe ich hier zwei Karawansereien. Na toll. Aber wir werden sie auch brauchen. So, das steht. Dann brauchen wir auch hier nochmal ein weiteres Lager. Für Fisch. Okay, und dann muss diese Karawanserei jemanden losschicken, der Fisch dann von hier nach da bringt. Dann brauchen wir die Märkte, die einerseits Datteln verticken, andererseits Fisch. Und jetzt brauchen wir noch zusätzlich die ersten Villen. Und jetzt brauchen wir noch zusätzlich die ersten Villen. Datteln und die ersten Stadtbewohner haben, die wir dann in die jeweiligen dafür vorgesehenen Dinge schicken können. Oh Gott. Und damit haben wir die Vorbereitungen erstmal getroffen. Im nächsten Part starten wir dann sozusagen unser vorbereitetes Spiel. Und ich freue mich mehr oder weniger jetzt schon drauf, die 1250 Ansehen irgendwann mal erreichen zu müssen. Und was kriege ich durch das Monument? Ich glaube, diesmal werden wir das bauen. Müssen wir wahrscheinlich auch. 1250 ist echt viel. Selbst wenn wir luxuriöse, elf luxuriöse Residenzen haben, dürfte es ein bisschen schwierig werden. Danke fürs Ansehen und bis gleich hier bei Nebukadnezar. Ach, kommt schon, Leute. Mit einem Abo kann Elb-Präsidenten noch viel mehr feiern. Bis zum nächsten Mal.